Du bist der beste Chefkoch, mit dem ich je zusammengearbeitet habe. Das meine ich ernst. Danke. Gern geschehen. Wir waren uns doch einig, dass wir das nicht tun. Ich weiß. Vielleicht sollte ich einfach nur etwas für dich kochen. Ach, okay. Scheiß drauf. Gehen wir. Oh, you know. Untertitelung des ZDF, 2020 Alles klar, nimm den Eimer und mach ihn voll. Siehst du den Schlauch? Müll, Müll, Müll. Aufheben, aufheben, aufheben. Und raus dabei. Alles klar, Percy. Ich hab ein paar Geschenke für dich. Was soll der Wahnsinn, ha? Das ist Kana Rassada. Versuch's mal. Wow. Krasse Scheiße. Der große Chefkoch kocht die ganze Nacht. Oh, die Schnauze und Koste erstmal am Mousse-Dous. Komm her. Okay. Sehen wir an. Ist das gut? Ja. So etwas werden wir kochen. Heute kommt der wichtigste Restaurantkritiker der Stadt. Sie wollen auf einmal ein Künstler sein. Seien Sie ein Künstler in Ihrer Freizeit. Das ist mein Restaurant. In der Küche bestimme ich. Das war unser Deal. Der Deal hat sich geändert. Entweder Sie kochen das oder Sie gehen. Das heißen Sie feiern mit? Nein, ich sag ihm bloß, was ich gewillt bin zu tun. Wenn Sie nicht mein Menü kochen. Sie ist da, sie ist da. Die Kritik ist da. Seine dramatische Gewichtszunahme lässt sich nur so erklären, dass er das ganze Essen aufisst, das in die Küche zurückgeschickt wird. Ich find nicht gut, was er über dich geschrieben hat. Ich auch nicht. Wen interessiert? Nicht schon, denn ich hätt's besser machen können. Ich hätt den Scheiß kochen sollen, den ich kochen wollte. Es gibt Chefköche, die kochen das, woran sie glauben. Und die Leute versuchen's, weil sie neuen Erfahrungen gegenüber offen sind und letzten Endes mögen sie's. Hey, 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 was tust du da? Dieser Kerl. Tust nicht. Was treibst du da? Chef nicht. Das ist keine Idee. Hört einfach zu. Ich schick's erst, wenn ihr sagt, dass es okay ist. Wieso kommen Sie heute nicht wieder? Ich hab ein ganz neues Menü für Sie, Arschloch. Gib das her, gib das her. Gib mir das her. Keine gute Idee. Gib mir das Handy. Jetzt hast du's geschenkt, Bro. Das kannst du nicht rückgängig machen. Dad? Hast du da gestern Abend was gepostet? Leck mich ab. Wow. Ist euch klar, wie viele Leute das gelesen haben? Du liegst voll im Trend, Bro. Du wirst nie glücklich werden, wenn du für jemand anderen kochst. Ein Imbisswagen ist eine Spitzenidee. Wir reden hier von einem weißen 88er Chevy One Man im Imbisswagen. Das ist wie eine leere Leinwand für deine Träume. Ich lass ihn für dich vorfahren. Danke. Bedank dich erst, wenn du ihn gesehen hast. Und was hast du jetzt vor? Du wirst lachen. Toni, Karl hat sich einen Imbisswagen geholt. Wirklich? Ich war so neidisch, als du mir das erzählt hast. Ich dachte mir, das will ich auch. Mit dem, was ich tue, berühre ich die Herzen der Leute. Und ich liebe es. Und das will ich mit dir teilen. Hey, was tust du da? Ich streue mir etwas Speisestärke auf meine Wehrwölfe, Mann. Da unten ist es viel zu feucht. Dad, mach auf. Martin streut sich Speisestärke auf seine Eier. Wißt du auch was? Fühlt sich an wie Babypuder. Ist gut, oder? Total. Total. Gente de Zona, una vez más.